Heute soll es mal nicht um Umfrageergebnisse gehen, es soll auch nicht um Sitzverteilungsprognosen gehen, sondern es soll um eine Verfassungsreform gehen, die Giorgia Meloni ausgearbeitet hat für Italien. Ich möchte euch also die Verfassungsreform vorstellen, die sie plant. Sie ist noch nicht beschlossen, sie ist noch nicht in Kraft gesetzt und es ist natürlich auch fraglich, ob sie überhaupt jemals in Kraft gesetzt werden wird. Aber sie wird aktuell in Italien diskutiert und womöglich wird sie eben mal als Referendum beim Bürger landen. Und ja, deswegen will ich euch diese Verfassungsreform einmal genauer vorstellen. Und dazu habe ich mal versucht, die Verfassung Italiens in ein Schaubild zu gießen. Das sieht dann so aus wie hier eben auf dieser Folie. Und ja, spannend wird es hier bei der Position des Ministerpräsidenten werden, bei der Verfassungsreform von Giorgia Meloni. Der Ministerpräsident, das ist ja genau das Amt, das Meloni auch gerade inne hat. Eigentlich ist der Ministerpräsident der Präsident des Ministerrates. Und die Regierung wird zurzeit ernannt vom Staatspräsidenten und ist vom Vertrauen abhängig. Des Abgeordnetenhauses und des Senates. Oder mit anderen Worten, Abgeordnetenhaus und Senat können die Regierung durch ein Misstrauensvotum stürzen. Und Giorgia Meloni möchte hier etwas verändern. Was genau? Schauen wir uns aber gleich an. Ich sage nochmal ein paar andere Dinge zu dieser Verfassung, denn es gibt sicherlich noch ganz andere interessante Aspekte hier bei diesem Verfassungsschaubild. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass das Abgeordnetenhaus von jedem, der 18 ist oder älter ist, gewählt werden kann. Der Senat aber erst mit 25 Jahren und mehr gewählt werden kann. Also hier gibt es eine klare Unterscheidung, was die Wahlberechtigung vom Alter her betrifft. Und das Abgeordnetenhaus hat im Übrigen 400 Mitglieder, so wie es hier steht. Das waren früher mal 630 gewesen. Das wurde vor ein paar Jahren verändert. Auch der Senat hatte früher mehr Mitglieder, nämlich 315. Und da ist die Zahl jetzt auf 200 zurückgegangen. Und für Italien gilt, dass das Abgeordnetenhaus und der Senat eigentlich gleichberechtigt sind. Also ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen. Eigentlich, man spricht eigentlich in Italien vom perfekten Bikameralismus, was eben heißt, beide Kammern haben eigentlich die gleichen Befugnisse. Aber es gibt bestimmt vielleicht irgendwo wieder eine Sache, in der sich die beiden Kammern doch noch unterscheiden. Deswegen sage ich mal, eigentlich sind die beiden gleichberechtigt und sind auf einer Stufe. Was auch sicherlich ganz interessant ist bei diesem Verfassungsschaubild, nochmal so als kleiner Exkurs, ist, dass beim Verfassungsgerichtshof die 15 Richter teilweise vom Staatspräsidenten ernannt werden, teilweise vom Abgeordnetenhaus und Senat ernannt werden und teilweise vom obersten Gericht ernannt werden. Also es gibt nicht eine Instanz, die alle Richter da benennt. So, jetzt aber kommen wir zum Kern der Verfassungsreform. Giorgia Meloni möchte hier nämlich etwas verändern. Und sie argumentiert damit, dass Italien oft sehr instabile Regierungen hatte. Tatsächlich ist es so, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg 68 Regierungen gab, beziehungsweise, ich glaube, die Zahl müsste man in dem Sinne korrigieren, dass es seit 1946 68 Regierungen gab. Ich habe es aber nicht nachgeprüft, also seitdem Italien eine Republik ist. Und 68 Regierungen auf, naja, noch nicht mal ganz 80 Jahre ist natürlich ziemlich viel. Das heißt, im Schnitt haben die Regierungen weniger als zwei Jahre gehalten. Und das ist natürlich im Unterschied zu deutschen Bundesregierungen ein ganz, ganz großer Unterschied. Also es gab sehr viele Regierungen in der Zeit der Italienischen Republik. Und insgesamt gab es seit 1946 auch insgesamt 31 Ministerpräsidenten. Auch das ist eine ziemlich hohe Zahl tatsächlich. Und Giorgia Meloni möchte jetzt eben mehr Stabilität reinbringen bei den Regierungen. Und deswegen ist ihre Idee, dass der Ministerpräsident fortan direkt vom Volk gewählt werden soll. Alle ab 18 sollen eben die Möglichkeit haben, den Ministerpräsidenten direkt wählen zu können auf fünf Jahre. Und ja, damit würde natürlich hier einmal das Parlament irgendwie an Macht verlieren. Und auch der Staatspräsident würde eigentlich da nicht mal so eine richtige Rolle spielen bei der Ernennung des Ministerpräsidenten. Also womöglich muss er den Ministerpräsidenten noch ganz offiziell ernennen. Aber wenn der Ministerpräsident gewählt ist auf fünf Jahre, dann kann er irgendwie auch nichts anderes, als diese Person dann zu ernennen. Ich habe jetzt diesen Pfeil mal dagelassen. Vielleicht fällt er dann auch tatsächlich weg, wenn die Reform so umgesetzt werden sollte. Gleichzeitig möchte Giorgia Meloni das Recht haben, um als Ministerpräsident auch Abgeordnetenhaus und Senat auflösen zu können, für den Fall, dass die beiden Kammern ein Misstrauensvotum aussprechen sollten gegenüber der Regierung und dann eben auch gegenüber dem Ministerpräsidenten. Das heißt, sollte also der Ministerpräsident seines Amtes enthoben werden, also sollten Abgeordnetenhaus und Senat dafür stimmen, das Vertrauen eben zu entziehen, dann möchte eben Giorgia Meloni, dass der Ministerpräsident gleichzeitig, aber auch Abgeordnetenhaus und Senat auflösen kann und es dann eben zu Neuwahlen kommen wird. So, das mal zur Theorie. Es gibt natürlich auch ein paar Fragezeichen an dieser ganzen Sache. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich, wenn das Volk jemanden zum Ministerpräsidenten wählt, der aber im Parlament überhaupt keine absolute Mehrheit hinter sich weiß? Also, dann könnte man ja gleich wieder Neuwahlen ausrufen und ja, irgendwie würde man in so eine gelähmte Haltung kommen. Also, was ist, wenn, sagen wir mal, eine Person Ministerpräsident wird, der, sagen wir mal, dem Mitte-Links-Spektrum angehört, aber im Abgeordnetenhaus und im Senat Mitte-Rechts die Mehrheit hat? Das würde ja eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Aber das sind nur so Fragen, die immer wieder auftauchen und ich habe sie jetzt erstmal hier genannt. Wir müssen ja erstmal gucken, ob diese Verfassungsreform überhaupt durchkommt. Denn das ist so tatsächlich die Krux an der ganzen Sache. Damit überhaupt eine Verfassungsänderung durchkommt in Italien, müssen das Abgeordnetenhaus und der Senat zustimmen. Sollte es in beiden Fällen eine Zweidrittelmehrheit geben, dann wird diese Verfassungsreform, also diese Verfassungsänderung, auch tatsächlich sofort in Kraft gesetzt. Davon kann Giorgia Meloni aber nicht ausgehen, denn ihre Partei und die Koalition, die haben weder im Abgeordnetenhaus noch im Senat eine Zweidrittelmehrheit und die Opposition wird dieser Verfassungsänderung nicht zustimmen. Das heißt, was bisher passiert ist, ist, dass das Abgeordnetenhaus mit einer absoluten Mehrheit zwar der Reform zugestimmt hat, aber die Zweidrittelmehrheit wurde verfehlt. Aktuell, so wie es scheint, findet jetzt die Debatte im Senat statt, wenn ich das richtig verfolge. Aber auch da wird die Zweidrittelmehrheit verfehlt werden. Und dann hat eben die Opposition das Recht, wenn eben die Zweidrittelmehrheiten verfehlt werden, dass ein Referendum abgehalten werden darf über diese Verfassungsänderung, über die geplante Verfassungsänderung. Das würde letzten Endes bedeuten, Melonis Pläne würden zwar abgesegnet werden vom Abgeordnetenhaus und vom Senat, würden aber die Zweidrittelmehrheit verfehlen und die Opposition würde dann also auf das Referendum zurückgreifen. Und dann müssten eben die wahlberechtigten Bürger Italiens entscheiden, ob sie dieser Verfassungsänderung zustimmen, ob sie das so haben wollen, wie Meloni es vorschlägt, oder ob sie tatsächlich diese Verfassungsreform verwerfen. Das wäre für italienische Verhältnisse auch nichts Neues tatsächlich. Was man festhalten kann, es gibt natürlich Pro- und Contra-Argumente, die genannt werden. Pro-Argumente, die genannt werden, sind zum Beispiel, dass tatsächlich Regierungen stabiler werden könnten, die Regierungen eben längerfristiger im Amt sein könnten. Und natürlich wird auch argumentiert, dass die Direktwahl des Ministerpräsidenten mehr noch den Willen des Volkes repräsentiert, als wenn man eben aus dem Abgeordnetenhaus und dem Senat jetzt jemanden hier zum Ministerpräsidenten macht. Auf der anderen Seite wird angeführt, werden vor allen Dingen hier das Abgeordnetenhaus, also eigentlich beide Parlamentskammern und auch der Staatspräsident geschwächt. Und ja, es gibt wie gesagt auch noch offene Fragen, wie das in der Praxis dann aussehen soll, wenn zum Beispiel, wie gesagt, jemand Ministerpräsident ist, der aber keine absolute Mehrheit in den beiden Kammern hinter sich hat. Das also mal so als anderes Video zwischendurch mit einer Thematik, die jetzt nicht direkt mit Wahlen zu tun hat, aber vielleicht in der Wahl enden kann, nämlich in einem Referendum. Und ja, das ist die aktuelle Entwicklung in Italien und das soll es zu diesem Video gewesen sein.